Ich möchte jetzt zeigen, wie man für einen Absatz einen Fluttersatz links einstellen kann. Dazu wähle ich meinen entsprechenden Absatz aus. Und wähle mir hier diese Bereiche aus. Sie ist hier bei OpenOffice links bündig. Und Fluttersatz bedeutet, was hier links ausgerechnet hier, geht die Ausrichtung links herunter. Rechts flattet dieser Bereich so. Und damit habe ich einen entsprechenden Fluttersatz eingestellt. Wenn ich das jetzt verändern würde auf Blocksatz, könnte ich sie zurückstellen auf einen entsprechenden Fluttersatz. Bis zum nächsten Mal.